Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate, der letzte Maharaja. Wir machen die nächste Mission, da brauchen wir schon Level 7 für der große Juwelen-Coup. Du lieb! Junge, könntest du bitte... Ich lese hier, danke. Es ist, sonst Blutwind hereinquatscht und ich lese und... Duleep und die Assassinen finden heraus, wo sich der Co-i-Noor befindet, im Tower of London. Sie entwickeln einen Plan. Achso, er ist entvögelt. Ich dachte gerade, was plattert da. Der Zuleep und Jacob erlaubt, den Tower während einer Gala zur Feier der königlichen Rüstkammer zu infiltrieren. Evie hingegen sichert die Umgebung. Jacobs Ziel ist es, den Co-i-Noor zu beschaffen und den Evie zu übergeben, die dann über die Dächer flüchten soll. Okay. Sie sehen furchtbar aus! Und du bist spät. Ich? Niemals. Ich habe lediglich die Informationen besorgt, wie ich es sollte. Es war eigentlich einfach. Heute Abend soll im Tower of London irgendeine Veranstaltung stattfinden? Die Gala? Ich werde dann hier teilnehmen. Dann seid ihr unser Zugang. Wir können doch nicht da rein und die Kronjuwelen stehlen. Sie hat recht. Wir brauchen einen Plan. Oh, Elend. Jacob, du könntest Mr. Singh zu der Veranstaltung begleiten. Dann könntest du unauffällig von der Feier verschwinden und nach dem Co-i-Noor suchen. Ich kümmere mich um die Wachen in der Umgebung. Wir treffen uns auf dem White Tower. Gut. Kann ich den Anzug nochmal tragen? Eine Waffe erlaubt. Wo bleibt da der Spaß? Oh nein, ich habe da eine ganz schlechte Hinderung dran. Ich hoffe nur, dass Jacob laufen kann, weil Evie konnte es in ihrem Rauschekleid ja nicht. Aber ich habe gute Hoffnungen, dass Jacob schneller laufen kann. Die Einblendungen dort oben rechts sind teilweise echt sehr interessant. Das ist ja eben vor allem mit Juno und Minerva. Da kriegt man das nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis gerufen. Gerade so, was da die erste Zivilisation angeht, etc. Kurz und ziemlich kompakt. Da steht, ich soll Sing finden und Jacob sagt nur Sing finden. Okay. Und entdeckt bleiben. Ja, das... Weiß ich noch nicht, ob das was wird. Jetzt kann ich mich ja auch gar nicht hier hochkletten, ne? Nun gut. Muss ich da rein? Ich glaube ja. Jacob hat sich wieder in den feinsten Zwirn geschmissen. Ah ja, das sei ja schon. Oh Heilige. Na gut. Legen wir los. Die Juwelen lagern im Obergeschoss. Passen Sie auf, wenn das nicht einer der am besten bewachten Orte der Welt ist, dürfen Sie mich Engländer nennen. Ich brauche eure Hilfe, um die Wachen abzulenken. Geben Sie mir ein Signal. Okay. Den zweiten Stock erreichen. Du lebst, bist du da? Du bist da, okay. Entschuldigung? Ich sollte Sing das Zeichen geben, um die Wachen abzulenken. Ja. Ich muss allerdings jetzt erstmal gucken, wo ich wirklich... hin muss. Hier nicht hin. Also wo ich, ähm... hochkomme. Du lebe. Danke. Okay. Aha. Ich sollte Sing das Zeichen geben, um die Wachen abzulenken. Oh. Hallo. Äh... F... F... Nunst ich das da bei euch? Ich hoffe es. Ich war noch nie im Obergeschoss. Erzählen Sie mir davon. Okay. Ist scheinbar richtig. Der Diamant ist im zweiten Stock. Es ist erschreckend ruhig da oben. Oh shit. Ich habe... Ich wollte ihn gerade erstechen. Ich habe aber vergessen, dass ich ja meine... meine Waffen gar nicht dabei habe. Verdammt. Das wäre etwas kontraproduktiv gewesen. Ich hätte es eigentlich so machen müssen. Es stand ja auch so, dass man es hätte... schaffen können. Naja. Was nicht ist, das ist nicht. Hi. Schön, wie die mir einfach immer mit einem Knüppel geben. So. Was? Ich wollte gerade sagen, ist doch alles gut. Ah nein. Okay. Nein, nein, nein. Och. Nicht doch. Okay, die Frage ist, wer hat... Das in Form, ja? Ja. Dieser Klan war genial. Dieses Mal trieken wir ihn. Ein Freund der Königin? Ha! Wir werden keine Freunde mehr sein, wenn sie den Diamanten in seiner Tasche findet. Und er wird nichts davon merken. Sobald er aus der Tür geht, kann er seinem Königstigen lebewohl sagen. Bald kennt man ihn nur noch als Gefangener sing. Wir haben, du Lieb, den Diamanten zugestellt. Nicht gut. Gar nicht gut. Da haben wir im Endeffekt was wir wollen, aber... Ach. Ah. Gar nicht gut. Wie kann ich denn jetzt... Du, Lieb! Komm her! Problem! Okay, okay. Ich darf einfach durch... Du, ich darf... Das ist... Das ist schön. Du, Lieb! Problem! Das war, glaube ich, gerade ein bisschen knapp. Ich habe mir schon fast gedacht, bestimmt spielen wir auch noch Eevee. Bei diesem Unternehmen. Bevor du mich nervst. Riskieren wir mal nichts. Ähm... Pfff... Joa. Hi! Okay, ich habe dich nicht mehr interessiert. Okay. Ähm... Nicht, dass der mich da nervt. Na, wir probieren es mal. Da wollte ich eigentlich nicht hin, aber... Ist okay. Hi! Oh, hi! Hier sind ein paar viele. Hm. Moment. Nein, nein, nein. Ja. Dich kriege ich natürlich nicht. Aber dich... Okay. Zwei Teile bleibt gleichzeitig mit Schlafgaskisten noch schön. Ach, das... Deswegen sind die hier. Ah, brauche ich nicht. Ist okay. Ich weiß, es war kein Headshot. Ich kriege nicht ins Visier. Ich hätte da oben auch auf das Dingens draufgekonnt. Oder hier die Kisten. Hi, Freunde. Ah, ein Wurfmesser zurück. Sehr schön. Wer zum Teufel ist das? So, von Jacob sichern. Okay. Hey, Jackie. Wo warst du so lange? Mir kam was dazwischen. Hier ist er. Was ist passiert? Jemand stahl ihn zuerst. Der Safe war bei meiner Ankunft bereits geöffnet worden. Die BOK schreckt auch vor gar nichts zurück. Sie wollten Singh verleumden. Ich musste ihn bestehen, bevor die Wachen ihn bei ihm finden. Stell dir nur den Blick der Königin vor, wenn... Dann wissen sie nun, dass ihr Plan fehlgeschlagen ist. Ja, angeschehen. Ich glaube, wir gehen dann lieber. Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ah, es dürfte nicht so schwierig sein. Außer die Kommandelle in die Quere. Okay. Ich zermalme dich zu breit. Zu breit will er mich zermalmen. Na, Halleluja. Okay, dann schalten wir die hier noch gerade aus. Alter! Alter, die mit ihrem verdammten... Prügel da. Ich glaube, das ist nicht. Okay. Das kann... Weitergehen. Nein, nein, nein. Ich bin weg. Da wollte ich nicht hin, aber ist okay. Hoffentlich haben es alle geschafft. Ah, bestimmt. Jacob! Das ist nicht dein Ernst. Was machst du denn noch hier drin? Ach, sie lassen es so. Natürlich, wenn du wüsstest, wie knapp das gerade war. Das war mehr als knapp. Ah, eine königliche Kutsche. Ist das doch, oder? Was hatte dieser Aufruhr zu bedeuten, Mr. Singh? Ich glaube, sie dachten, ich würde euch den Koh-i-Noah stehlen, eure Ladyschaft. Tach, den Koh-i-Noah. Wer würde schon diese Kartoffel stehlen wollen? Gute Nacht, eure Hoheit. Na. Wir haben es gerade so unversehrt rausgeschafft. Die britische Ost-Indien-Kompanie hat euch den Diamanten zugesteckt und wollte euch anschwarzen. Doch zum Glück habe ich das noch rechtzeitig verhindern können. Wir müssen uns in Mr. Greens' Laden treffen. Ich muss den Diamanten mit meinen eigenen Augen sehen. Okay. Hätten wir es geschafft, dann ist das sehr knapp gewesen. Und ich wollte gerade noch sagen, dass ihr wir den wohl definitiv nicht vermissen, wenn sie ihn Kartoffeln nennt. Und ich wollte gerade noch sagen, dass ihr das nicht vermissen habt. Na los, Leute. Haut rein. Na endlich, ich wollte gerade schon sagen. Spiel. Spiel. Bitte. Wow! Was für ein Geflackere. Okay. Der echte Stein hat Indien nie verlassen. Hätte ich von eurem Vorhaben gewusst, hätte ich es verhindert. Mein Vater sorgte dafür, dass er nicht in Templer-Hände fällt. Ihr Vater hat unserem Volk einen großen Dienst erwiesen. Meine Worte an euch waren unfair. Sie hatten nicht Unrecht. Ich bin ebenfalls durch meinen mangelnden Fortschritt frustriert. Sollen wir das Geschehene einfach vergessen? Wir müssen rausfinden, wer dahinter steckt. Und warum die Templer und die Ost-Indien-Company zusammenarbeiten. Was wir tun sollten, ist sie aufspüren und ihr Hauptquartier zerstören. Jacob. Das ist vielleicht gar keine so schlechte Idee, Mr. Frey. Okay. Schauen wir mal, wo ist denn da? Der, was? Der Sandmann? Der Sandmann. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.